Sagt er nicht Dahlberg, er wollte uns einen Boten seines Vertrauens schicken? Jemand, der uns am Abend zu ihm führt? Jetzt ist es Abend. Wer ist da? Der Minister schickt mich. Im Dunkeln stand ein Mann eingehüllt in einen Fellmantel von edlem Schnitt. Er hatte ein schmales Gesicht, sein schwarzes Haar war leicht gewellt. Stanhope. Philip Henry, Lord Stanhope. Ich komme im Auftrag meines Freundes Dahlberg. Der Minister wünscht sich draußen im Park mit Ihnen zu treffen. Ich möchte Sie bitten, mir zu folgen. Vielen Dank. Vielen Dank.